Hallo, liebe Zuschüsse, Freunde. Zu der neuen Ausgabe von EA FC24, im Namen des CIG Soccer Cups. Die Partie FC Bayern gegen AC Mailand. Wir sind im Viertelfinale. Angekommen. Machen so ein Fehlpass schon wieder. Achtung, aufpassen jetzt. Der Sieger kommt in die nächste Runde. Das heißt, es gibt gewünscht, nein. Ah, jetzt null. Meine Fresse. So schnell kann es gehen. Ich wollte noch sagen, wir spielen die Heimannschaft und unentschieden gibt es nicht. Das hat doch gefehlt. Oh je, wie ne. Aber du willst, Müller. Müller. Im Schlafraum, Müller. Probierst du mal. Aber nicht. Hallo. Kasse. Oh, Leute! Verschlampern, verstolpert! Ach, der ist schwierig, vom Ball zu treten. Au. Oh, Fehler wieder! Meine Fresse! Ball weg! Oh ja! Nichts, Eckball! Kommt jemand raus hier? Jetzt muss er vielleicht mal! Klasse! Wunderbar! Klasse! Wunderbar! Ah! Jetzt mal armlos. Hallo, drauf! Klasse! pavlovich jetzt fast die game hallo 2 0 meine fresse nicht aufgepasst ja so einfach es kann nur nicht wahr sein mein herrn Ah, wieder schlechter Ball. Da brauchen wir ein bisschen mehr Angriffszeit. Da geht's los! Geht doch! So! Komm, komm, komm! Klasse! Komm mal hin damit! Na! Ah! Läuft er nicht von allein, sondern dahinter. Klasse! So, nee! So, nee! Geht vorbei! Nein! Noch! Ach! Ach! Gehen! Abseits, oder? Ja! Oh, leider! Ja! 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 Rekane! 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 Riecht durch... Hallo abseits... Alter! Echt, äh, Abfall, ne? Was zählt? Okay. Schauen wir mal, was zählen, was bewegt ein Kran für Müller. Oh! Oh! Boah! Was für eine Chance! Ball raus! Sicher. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, komm, 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 komm. Fangen wir bitte! Ich hab' gefangen. Mein Gott! Wir sind schwer. Mailand! Abwurf sofort, komm. Und jetzt... Was? Faul. Hm. Viertel Stunde noch. Muss was passieren, Genners. Naja. Haben wir vorbei. Abschlag. Eieieieiei! Eieieieiei! Hallo! Nein! Doch! Mann! So ein Schnitzer! Ein ganz kleiner Fehler! Ein ganz kleiner Fehler! Ich glaube, das wird jetzt wirklich... Nix mehr hier! Denn Mailand ist wirklich so stark! Wahnsinn! Ah, das ist schlecht! Und jetzt... Wir haben keine Drohung! 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 Aber ich bin froh, dass es nur einsteht! Boah! Meine Fresse! Okay! Wir sind uns doch ein bisschen zu überlegen hier... Ich bin auf Weltklasse Niveau, aber... Ihr seht's... Ja, ich bin noch ein bisschen stärker. Hallo. Ah! Eigentlich ist es was von der anderen. Ich habe keine Chancen mehr. Mittlerweile. Nein! Ja, jetzt nochmal. Tell, pass auf. Tell, komm, komm. Tell, tell. Und sieg rein, komm. Nein! Das war's. Ja, das war's. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte einen Daumen anlassen, Abonnier vergessen, rechts oben die Playlist. Und ich sag danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.